Dantys Hölle ist keine Fiktion. Sie ist Prophezeiung. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Hatte ich sowas wie ein Unfall? Ich erinnere mich an nichts mehr. Das ist Ihr Schädeltrauma. Einbildung, Erinnerung. Alles ist durcheinander. Das habe ich in meiner Jacke gefunden. Wir öffnen ihn. Das ist Dantys Entfernung. Genau das habe ich gesehen. Ich will wissen, worin ich verwickelt bin. Kommen Sie. Wo ist Professor Lenton jetzt? Spurlos verschwunden. Und im Besitz des Biotyps. Sie haben von mir einen Pfad. Und nur Sie gelangen an sein Ende. Ist es eine Herausforderung? Ein Puzzle. Speziell gemacht für Sie. Er hat eine Seuche erschaffen. Wissen Sie, wie viele hinter so einer Seuche her wären? Und was Sie dafür tun würden? Diese Karte zeigt einen Weg, damit ich es finde. Beseitigen Sie Lenten. Kommen Sie hier lang. Ich weiß, warum ich in Florenz bin. Es gibt neun Orte. Das ist der erste. Ein Hinweis. Ich werde alles tun, um es zu finden. Was, wenn die Sie vorher finden? Schnapp sie. Los, los. Die Hälfte der Weltbevölkerung wird sterben. Uns bleiben weniger als acht Stunden. Noch haben wir die Chance, die Welt zu retten. Die Menschheit ist die Krankheit. Entfernung ist die Heilung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017